Ah, Ring-Ding-Ding. Ring-Man ist gut gegen Dust. Okay. Gut. Oh, das wird noch was. So, was ist mit unserem Energietank? Wir haben ihn noch. Das heißt, wir können uns jetzt übelst voll machen mit Energietanks. Voll die Cheaterei. Das ist mir aber egal. Kack-Baken-Fickerei hier. Fick dich, du scheiß Vieh. Nö, kein Interesse. Große Energie, das ist schön. Warte, wie viel kam denn hier, bis wir da waren? Oh, das ist gar nicht mehr. Ja. Gar nicht so viel. Das ist schön. So. Dann gucken wir mal noch, was hier oben abgeht. Wie den anderen beiden. Ja, Fallerei. Uh. Das ist so spannend. Was kommt jetzt? Oh. Wer hätte es gedacht, die Great Eight. Okay. Hier. Was haben wir denn hier? Du bist Ringman. Du bist Ringman. Da habe ich mir doch aufgeladene Pharao ist gegen ihn gut. Ring. Auf. G. Phara. So. Dann versuchen wir das doch. Das hat's ja super. Ich bin... Ich... Bin der Burner. Huh. Okay. Bist du das Wahnsinns-Megaman? Du bist Pharao, man. Habe ich auch nicht so aufgeschrieben. Ähm. Aber dann hätte ich sie jetzt alle. Pharao. Können wir hier gerade mal ausprobieren, was gegen den Pharao-Mann gut ist. Ich versuche mal hier Bright bezumpeln. Okay. Brightman ist auf jeden Fall gut gegen den, wenn der Typ auf dem Boden steht. Aaaaaaah. Los, Megaman. Gott, ist das anstrengend. Aaaaaaah. Ach. Okay. Wenn ich mal Energie brauchen sollte, dann kriegen wir den gut kaputt. Ähm. Brightman ist gut gegen den. Bright. Und den kringle ich mir mal ein, damit ich weiß... Judge is easy. Okay. Nee. Oh Gott. Ähm. Komm, wir machen einfach nicht. Ich habe schon keine Ahnung. Pharao. Geht das? Kann man mit dem Auf... Nee, geht doch. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Der ist blöd. Den mag ich auf jeden Fall nicht. Der ist blöd. Ich habe das Verlangen, ein bisschen zu cheaten. Da wir die Energietanks behalten. Würde ich mich Game Over gehen lassen und mir ein neues Stück holen oder so? Äh. Wieviel haben wir denn noch? Wieviel Leben eins? Ähm. Ja. Weil ich weiß, das werde ich... Ich werde das so nicht hinkriegen. Dann haben wir hier Dive. Knife, Dive, Dive, Dust und Skull. Auf jeden Fall Skull. Ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Ich bin froh, wenn ich das Spiel irgendwie... Irgendwie durchkriege. Gut. Ähm. So, jetzt bin ich hier nochmal an Drill... Äh, an Toad. Mit dem Drillman. Er springt, ne? Ja. Ah. Okay, das ist auch einfach. Den tue ich mir auch mal einkringeln. Aber mach ne zweite, also ne zwei Punkte dahinter, weil der andere ist auf jeden Fall einfacher. Äh. Ringmen. Wo ist er denn? Ah. Na, das war scheiße. Na, das war scheiße. Der ist auch einfach. Der ist auch einfach. Der ist auch einfach. Drei. So. Ähm. Ah, Moment. Das war gar nicht Dive. Das war Dust. Oh Gott. Das wird ja... Ähm. Skull. Hat eine Schwäche gegen Dust. Das hab ich mir bei Drillman gar nichts aufgeschrieben, weil ich gar nicht wusste, was das... Wie viel Leben haben wir denn noch? Null. Dann mach ich jetzt erstmal Drill gegen Drill. Ich hab da irgendwie... weiß ich nicht. Da gab's auch glaub ich in irgendeinem anderen Megaman sowas, wo der Typ gegen sich selbst verwundbar war. Nuh-uh. Auch nicht. Dive! Dive! Das war's für heute. Okay, Dive ist gut gegen den. Right. Okay. Skulldust, Skulldust. Der ist, glaub ich, immer dumm rumgesprungen, ne? Toad? Haben wir noch Toad? Ja, Toad haben wir noch. Guck ich mir den jetzt hier nochmal an. Das Problem ist, ich vergesse die immer, was die für ein Dings haben. Okay. Okay. Ah, schön. Okay, das geht eigentlich auch noch. Das war jetzt Brightman. So. Jetzt hab ich schon mal ne leichte Reihenfolge. Wo ich weiß, dass Skulldust... Ich werde mir jetzt ein paar Energietanks besorgen. Ich werde euch das rausschneiden. Gibt's hier irgendwo Spikes? Na ahnung. Auf jeden Fall, ich werde euch das rausschneiden. Und wir sehen uns, wenn ich neun Energietanks habe. So, da bin ich wieder. Wir haben neun Energietanks und ich wollte jetzt mal gucken, ob wir auch zehn kriegen können. Ne. Bei neun hört's auf. Alles klar. Ähm. Ja. Drei Leben, neun Energietanks. Ein guter Plan, wie wir das vielleicht hinkriegen. Ja. Und brauchen wir noch ein bisschen Glück. Dann hätten wir eigentlich alles. Oh, nein. Egal. Vielleicht können wir hier noch ne kleine Energie... Nö. Hier vielleicht. Ja. Schön. Aber die hat nicht gereicht. Naja. Aber hier ist noch ne große, ne? Ja. Okay. Dann. Geht's jetzt auf zu den Grade 8. Puh. Bin ja schon ein bisschen aufgeregt, ne? Achja, der war nochmal der Fall des Todes. Dann würde ich sagen... Fangen wir mit was Schwierigem an. Skullman mit Dust. Habe ich noch irgendwas mit Dust? Ne, ich hab das eigentlich ziemlich gut aufgeteilt. Da hat jeder seinen eigenen. Das ist schön. Okay. Der springt, ne? Ah ne, der schießt. Okay. Den hätten wir. Jetzt, äh, am besten was halb einfaches. Machen wir mal Toadman. Toadman ist der rechte hier. Oh, mit Drill. Gut. Das war jetzt einfacher als gedacht. Und jetzt haben wir wieder Vollenergie. Jetzt können wir wieder was Schwierigeres machen. Dann machen wir mal den Drillman. Das ganze hier oben mit Dive. mit. Das war jetzt schnell.